Ja Ey, das wird jetzt interessant hier Ja Ja, voll. Den haben wir schon. Oh. Oh, komm mal auf. Ich habe hier schon ein bisschen schlecht gezielt, habe ich das Gefühl. Shit. Exeguting Legion of Immortality, General Eamon's orders. Eamon. Sen, I must accept the quantum number. Defeat the Vulkas. He's burning you down. The next shot is actually the attack. Mhm. We got him or no? We're back on the wreck. We got to check that shot. Mhm. We got to go. Das ist ein Schöpfe. Was ist das? Was ist denn irgendwas das man aufnehmen kann für so ein Scheisshitschit? Das sind halt seine Brusten. Ey komm, das müssen wir nicht übertreiben hier. Ich dachte, das ist kein Bug jetzt oder so. Hä? Ich dachte, das ist jetzt kein Bug oder so. Ey, wir müssen hier grad stehen geblieben. Okay, jetzt kriegst du weiter. Manchmal da spielen noch Probleme hier. ... ... ... ... ... ... ... ... Ich kann nicht sagen, was man machen muss, halt. Ich kann nicht sein. Mit von dem, wo wohin! Ich will den Typen noch mal hier runterschützen. Oh ja, bewegt sich halt kein Stück mehr. Wow. Wo ist denn die Füße ohne? Keine Ahnung, ey. Ich bin mir nieder der Sieg. ja was soll ich was machen können hier ich lass mal rechts von ihm weggehen und dann wieder herkommen ja vielleicht hilft das ja der verfolgt uns oder irgendwas übersehen das kann alles sein irgendwas übersehen will hier büß glaub nicht dass es hilft aber sein das ist wirklich ein parkier das 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 ist wenn wir beide mal runter springen weil wir haben immer noch acht mission das haben immer noch acht interessant das das kann gar nicht sein das 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 passiert wirklich nicht so okay. Ich kann auch gar nicht sterben sehe ich gerade. Ich glaube jetzt kann ich sterben. Ich wollte jetzt einfach mal richtig sterben vielleicht kann man dann so von vorne anfangen. Ich kann ja Rückkehr nach Albion auswählen. Das kann man ja gleich mal versuchen erstmal so zu sterben. Ob der sich so resettet und besser funktioniert wenn nicht. Jetzt haben wir sieben Missionsversuchen weil wir beide gestoppt. Wenn es mir nicht hilft dann machen wir einfach nochmal kurz zurück. Ich bin nicht sicher. 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 Ja. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. so viel schaden was braucht man dafür oder gibt es irgendwie so ein perk dass man mit dem die schütter da durchschießen kann oder müssen wir eventuell erst die ganzen anderen gegner her erledigen ja die kommen ja immer wieder das ist das problem also ich weiß wirklich ob die missionen da schon mal mit anderen leuten sehr schnell wird durch wie kriegt man den sehr schnell weg ist da irgendwas machen können jetzt wird der lichter aufspielbar ja 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 wie wenn die 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 Führer 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 3 Minuten wieder, jetzt gucke ich ihn an Führer 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 der blick hat auf ihr volles leben jetzt wir müssen blaue feuer auf das schild machen irgendwann wird es zerbrechen und dann können wir ich komme nicht hin weil die gegner bei mir sind schnell weg ich bin nicht tot okay dann kommt mir mal mit dem doch vorher das gar nichts oder brauchen bestimmte waffe dafür ich komme kurz aus habe ich da einen fixen strahlwerf am start das geht natürlich im kopf nicht wenn du auf der pause drückst, kannst du da um hilfe bitten oder so was oder unterstützung anfragen nö wahrscheinlich weil wir privat gestartet haben jetzt weiß ich wie er hat da diese weißen dinge auf ja ich gehe jetzt oh alter was passiert hier nö nö aber ich gehe nicht zu kurz machen nö 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 Reload! Wut the fucker... Wo bist du gerade? Ich bin hier oben bei dem... ... 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 Wir starten jetzt morgen einfach nochmal mit anderen Leuten zusammen. Ich weiß nicht, ob du direkt durchkommst. Ich bin direkt jetzt in den Titelbildschirm gegangen. Achso. Das ist zu zweit schon echt hartiert. Jaja. Er ist auch glaube ich nicht ausgelegt für zwei Spieler. Guck mal, ich habe eine Post bekommen. Gucken, was für eine Post das ist. Posteingang. Okay. Grundsachen. Achso, weil mein Ding voll war. Inventar. Dann geht das alles in die Post. Achso. Ich habe auch mal so in der Ausrüftungsgegenstände, also Kosmetikdinger, habe ich auch in der Post gekriegt, zu anfangen. Ja. Schau. Woah. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ja, ja, ja.